getränke für die durstigen speisen für die hungrigen ach du scheiße okay ich glaube ich muss noch ein paar becher spülen fünf das ist so schlimm wie wenig redekunst hochgeht wiedersehen holz hacken ok dazu brauche ich erstmal eine axt müsste ich mal echt wissen wo ich hier holz hacken könnte feuer holz hacken das ist gut so kommt man hier wenigstens auch an geld mit normaler arbeit bitte sagt dass ihr etwas über meinen sohn erfüllt ach komm ich hab ach die hat bekleidung seid ihr oft im wolken bitte den können wir verkaufen für manche ist es ramsch für mich sind es schätze ich bin innerhalb kürzester zeit ziemlich schnell ich hab den maus unten links gehabt wenn ihr ein heilen will braucht könnt ihr jederzeit wieder kommen echt klasse und die hat nie geld dabei kotzen bei sowas ok wo gibt es denn noch irgendwas was ich klauen kann noch ein tag und das obst wird faul wir müssen davon so viel wie möglich verkaufen und so schnell wie möglich was ist hier drin der trunkene jegersmau das ist gut wir haben bestimmt auch ein bisschen geld wir haben bestimmt auch ein bisschen geld so 5 ups jetzt speichern 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 ich bin echt der beste dieb hier überhaupt das ist so geil hallo mein freund auf der suche nach einbogen schütze oh da habe ich genau das richtige stimmt die wollte ich ja noch verbessern ups ups ja genau das kann ich weg hauen waffen ne ich muss schon was teures kaufen es war mir eine freude mit euch geschäfte zu haben irgendwie warum auch immer so so da ist noch nichts drin muss ich Tänne machen sonst findet er mich noch scheiße ok ok gut fertig wo gehst du denn hier bitte hin Traum von Sorengarn und nein ey cool ja mal doch alles mit aha ist schon lustig ok dann gehen wir mal hier hin oh man ich bin sowas von gemein bin ich doch ihr könnt bleiben und nicht weiter komm ihr habt verbrechen gegen himmelsrand und seine einwohner begangen habt ihr etwas zu eurer verteidigung zu sagen ich bin unschuldig kluger Mann jetzt kommt mit zum Schloss wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab dann könnt ihr wieder gehen nein sobald ihr die Strafe bezahlt habt versteht sich nein bitte nicht alles bitte nicht alles was ich geklaut habe bitte nicht ach du scheiße wenn man nicht alles was ich geklaut habe ist weg was soll denn der Mist woher wissen die überhaupt dass das geklaut ist hä woher wissen die das ist ich gehe überhaupt nicht mehr mit dem oh Moment hm guck mal weshalb er mich bei irgendwas erwischt aber ich glaube ich habe hier den den Typen da noch nicht ausgenommen muss ich noch machen unbedingt na komm lade jetzt das muss ich aber wieder rein fiff ok was denkt ihr was ah das ist echt so dumm ey Julianos ist der Gott der Weisheit und Vernunft der wird auch mit der Magie in Verbindung gebracht weshalb viele mag ja ihn und so weiter und so fort so speichern c speichern speichern mit etwaiges Diebesgut ey da kann mich doch mal am Arsch lecken kann der mich doch hm ich muss nur irgendjemanden finden der mir das ganze auch abnimmt sonst ist blöd irgendwie okay das ist ja echt blöd durch seine zentrale Lage in den Himmelsrand und so weiter ähm zu meinem Verzauberer hm ich glaube ich muss nach unten rechts irgendwie nach riften oder so das wäre auf alle Fälle noch ne Möglichkeit ja ich geh jetzt nach riften weil da ist dieses komische Quest da holt einen Schätzer ich nehm mal an dass dort irgendwelche Diebe und was auch immer da rumlungern ich hoffe es einfach nur weil sonst ja ist scheiße die göttlichen sind euch holt mein Freund schön für die schön für die ey ich kann was jetzt zaubern Besucht ihr die Drachenfeste um über die andauernden Feindseligkeiten zu diskutieren wie die anderen großen Krieger? hab ich die eigentlich angelegt? ne so Eisendolch durch durch ne kleine Seele Blitzschaden ups nochmal ein Eisendolch und wieder ne kleine Seele Seele Blitzschaden Eisendolch ja ich muss irgendwie an die vollen kommen hier 5 wieso hackt der denn nicht? Zauber und Beschwörungen für jene die sie anwenden können Leer gewöhnlich Kleiner Seelenstein schwacher Seele Wieso komm ich denn noch nicht an sein Gold ran? ist echt schade na dann hol mir den und hier und die wenn ihr die entsprechende Begabung habt solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen Gegenstand Zauberung Herstellung und und was haben wir noch so Eisendolch ups der ist gestohlen das können wir noch verbessern ups okay was hat man noch? eine Spitzhacke im Volk